Als alle anderen, sie liegen deutlich vorn. Emre Can, still geworden, toller Pass. Und jetzt die Schoß. Was für ein Tor. Sie haben ihn hier ganz schön bearbeitet. Richtig stark, dass er das Tor trotzdem macht. Klasse gemacht. Unter Druck trifft er hier. Und da hat er auch... Klasse gemacht.